Servus, ich bin's, Gerold Brenner, euer Trainer. Morgens brauche ich meinen Kaffee, sonst geht bei mir gar nix. Den gibt es auch to go. Der Schmarrn dabei, diese Pappbecher. Warum? Die Menge ist das Problem. Jedes Jahr landen in Deutschland 2,8 Milliarden Becher im Müll. Das sind 40.000 Tonnen Abfall. Auch die Herstellung verbraucht richtig viele Rohstoffe. 43.000 Bäume, 1,5 Milliarden Liter Wasser und 3.000 Tonnen Rohöl. Das ist doch der Wahnsinn. Das verursacht einen CO2-Ausstoß von 111.000 Tonnen im Jahr. Das ist so viel wie eine Kleinstadt mit 12.000 Menschen produziert. Allein in München fliegen jeden Tag 190.000 Becher in die Tonne. Recycling ist da leider unmöglich, denn innen sind die Becher mit Plastik beschichtet und müssen als Restmüll verbrannt werden. Also macht es lieber gescheit und bringt eure eigenen Becher mit. Ihr könnt auch ein Mehrwegpfandbechersystem nutzen. Oder ihr nehmt euch 5 Minuten Zeit und genießt den Kaffee in der Tasse. Denn nur Pappnasen nehmen Pappbecher. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020